Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche. Heute möchte ich meine Pfefferminze haltbar machen. Und zwar gibt es Pfefferminz-Sirup. Für den Pfefferminz-Sirup herzustellen brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Glück hat natürlich derjenige, der eigene Pfefferminze in seinem Garten hat oder natürlich auch auf dem Balkon. Das habe ich auch und habe mir jetzt 200 g Minzblätter geerntet. Die sind bereits gewaschen. Dazu benötige ich anderthalb Liter Wasser. Ich brauche 750 g Zucker und den Saft von anderthalb Zitrone. Das war es dann auch schon. Zunächst aber braucht man auch noch etwas Geduld, denn die Minze muss jetzt als aller erstes mal angesetzt werden. Als erstes mal die Zitronensaft. Schon fertig. Zitronensaft in den Topf, anderthalb Liter Wasser und jetzt die Pfefferminze. Und die muss jetzt 24 Stunden ziehen, um dass die wertvollen Inhaltsstoffe in das Wasser abgegeben werden. Und vor allen Dingen auch das herrliche Minzaroma, denn da wollen wir ja haben. Jetzt wicke ich mir da einen Dessertdeckel drauf. Dann bleibt die Minze unten in der Flüssigkeit. Dann geht's weiter. Die Zeit ist jetzt um. Es kommt mir hier ein wahnsinniger Duft entgegen. Jetzt hole ich mal den Teller da raus. Und man sieht hier auch, die Blätter haben auch zum größten Teil ziemlich an Farbe verloren. Der Ansatz mit den Pfefferminzblättern wird jetzt erhitzt bis zum Sieben und darf dann eine Minute kochen. Dann wird erst mal wieder abgekühlt. Jetzt wird es jetzt abgekühlt und jetzt werde ich das Ganze mal erst abseihen. Ich habe jetzt hier das feine Sieb meiner flotten Lotte eingelegt und jetzt benutze ich noch eine extra große Filtertüte, damit mir nichts von den Fasern in meinen Sirup kommt. Das war's. Man braucht dann zwar etwas Geduld. Am Schluss drücke ich dann die Filtertüte mit den restlichen Pfefferminzblättern noch mal aus. Der Ansatz ist jetzt geklärt. In der Zwischenzeit habe ich mir 750 Gramm Zucker abgewogen und das Ganze kommt jetzt noch mal auf den Herd. Der Sirup kocht jetzt und ich gebe den Zucker dazu. Jetzt muss der Sirup noch circa 20 Minuten kochen, bei mittlerer Hitze. Und dann ist er fertig zum Abfüllen. So ein Trichter, der leistet dann ganz gute Dienste. Jetzt schnell die Flasche verdeckeln. Dann werden die Flaschen zum Auskühlen auf den Kopf gestellt und sind dann dicht. Altbarkeit sagt man sechs Monate. Aber meine Erfahrung im kalten Keller ist da doch weitaus länger. Und wer möchte, kann die ja trotzdem im Kühlschrank aufbewahren. So hat man dann auch in der kalten Jahreszeit Pfefferminz-Sirup. Der ist gesund, erfrischend und wirklich was für jede Jahreszeit. Fertig ist mein Pfefferminz-Sirup. Den stelle ich jetzt noch auf den Kopf, um dass die Flaschen richtig gut dicht werden. Und dann ist der schon mal eingelagert für den Winter. Vielleicht habe ich ja noch Glück und ich kriege noch eine zweite Ernte, dann kann ich noch mal was nachkochen. Und was man dann alles mit Pfefferminz-Sirup machen kann, das zeige ich euch dann mal in einem anderen Video. Jetzt sage ich euch erstmal Danke fürs Zuschauen. Leben groß. Tschüss.